Und weiter geht es mit Petronen! Ich glaube, wir können da noch ein bisschen mehr Gas geben für euren Liebling. Lukakermann und Petronen hier im Team! So, mal schauen, was der Youngster jetzt hier zeigt! Boah, schon ein Superflip von Manfred Weser! Und jetzt alle zusammen einmal richtig Gas geben für Maike Melero! Der muss jetzt mal anfangen, hier, den Getwinkst zu zeigen! Maike Melero! Oh, jetzt! Wie ein Klick und die Superflip! Pat Bowden! Unglaublich! Oh, schöner Neckflift von Luke Ackermann! So, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf! Also, stopp, stopp, stopp! Also, bis jetzt ist das ja alles schon ganz lustig, was wir hier machen, aber, wie gesagt, ich merke es schon hier, Pat Bowden und Luke Ackermann, die entwickeln sich langsam schon! Scheuer Liebling! Und einer, der war noch nie hier, Maike Melero! Der hat gesagt, ich habe ein Video gesehen von 2016, da habt ihr schon die Taschenlampen hier in der Hand! Und das wollen wir jetzt mal hier für Maike Melero, unseren Special Games hier, wenn ein Weltmeister da ist, mal machen! Holt mal eure Handys raus, die haben eine Taschenlampenfunktion! Und dann denke ich mal, machen wir für unseren Spanier, der erstmalig hier in der Sparkassenarena zu Gast ist, eine kleine Handy La Ola! Ah, wo sind die meisten Taschenlampen? Ah, hier! Hier geht's los! Die anderen können hier auf dem Oberschenkel liegen und dann geht's hier los! So rum! 3, 2, 1, ab geht's! Erstmal leise, ohne Musik, ohne alles, erstmal leise, 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 eine Runde, damit ihr euch eingroovt, ganz genau! Vielleicht das Licht, bei mir könnt ihr ruhig ausmachen, mich muss man nicht mehr sehen! Und dann schön im Dunkeln hier die La Ola weitermachen, ganz genau! Ja, so sieht's geil aus, denn Michael Melero, wie gesagt, der Weltmeister erstmalig zu Gast! Und wenn wir hier abkommen, zu unseren VIP-Freunden da oben, ihr könnt schon mal ein bisschen hermachen, was ist das? Ja, 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 ja! Jetzt kommt die Musik rein und jetzt machen wir hier mal so langsam einen kleinen Hexenkessel aus der Sparkassenarena! Gib mal Gas an! Bisschen Gas, liebe Jungs! Und jetzt haben beide Freunde da oben, die Party-Jungs! Ja, 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 ja! Eine Runde noch Vollgas hier in Kiel, Halbfinale! Nach M.H. Masters hier in der Sparkassenarena! Weiß,во08, 43,org! Schlarg, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Meilen wir hier wohl nun Ackermann, und natürlich auch Pitfonen im Halbfinale! Im Halbfinale! Also, ihr seid gut drauf, Licht servicein! Vollgas! Für! unser Halbfinale! Die nächsten Sprünge im Freestyl! Come on! Yes, Marcus Tesler, Netflix. Vorher mal schauen, ob wir Michael Venero aufgeweckt haben. Michael Venero. Yes, Netflix. Ruler, Pat Bowden. Und oben drauf, im Bildschirm, was macht man von Pat Bowden? Yes. Luz Ackermann, da muss er nachlegen. Luz Ackermann. Er muss in der Hände, Hände nach oben. Für Luz Ackermann. Für die Ticci. Luz Ackermann. Leute, im Halsfinale hier liegen Pat Bowden, Six, Luz Ackermann, Ticci, 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 Ticci. Und jetzt, hört noch die Musik. Hände nach oben. Luz Ackermann. 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 Und so fliegt noch ein Halbfinale! Kiel, ich habe nur mal eine Frage. Habt ihr Bock aufs Finale? Könnt ihr euch vorstellen, was da noch kommt? Habt ihr Bock aufs Finale? Also, ich denke mal, bevor wir hier die Halle vor dem Finale auseinandernehmen...